alli hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Tobi Rockerley Hallo und ich fahr euch halt mal vor wenn es klar wird ich bin ich schuld doch sie sind an einem schuld kann man starten? hängt ja schon gut an ich bin doch gerade erst an die schuld herrscht gekommen und zwei Prüfen um einen Tag herzlich willkommen bei einer Runde Rocket League mit der Kechelerbse Hallo ich bin klar gegangen was? blau ja ich habe eine Anfrage gemacht Tobi vor Ort ja schön in meinem PC sehe ich gerade das Dach drückelt doch mal ich habe es geschafft greift es jetzt besser ich hoffe es und ihr wirst wissen ich starb gerne vor Ort sehr mittel sehr alt gewesen ha ich habe die Runde so abgestaubt genau ja es hat die Runde gefallen der meint doch schon also ich weiß schon den Titel von dem Video Rocket League mit Schimpfwörtern doch du denkst eher Rocket League mit voll zu Schimpf und Schimpf und Schimpf was für eine Schimpf was für eine Schimpf äh Lauchspuße sorry na vielleicht NEIN das scheiß auf nein oh Gott war das schlecht ich darf nicht fluchen wieso irgendeinen YouTube ich hoffe du bist laut genug ich hoffe du bist laut genug hoppela irgendwie hörst du extrem leidig an ja sorry das ist mein scheiß Mikro es kommt davon wenn man das nur ums Halse hängt sorry das hätte ich zu lange her aber wüsstest du wie das ist naja du schreist eh rum als es ist nicht so schlimm wenn du nur ein bisschen leiser bist ah 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 yeah das Spiel mach mich jetzt schon wieder Christy und kein Schwein schat sich das wieder an ich schneide euch und niemand schat sich das an danke also alle die wo das Video jetzt angeschaut haben in den Kommentaren doch ich hab's angeschaut ich sag dir von meinen Zuschauungen das darf niemand was ich würd lachen dann hast du plötzlich 10.000 Kommentare drin das ist nicht glaubwürdig aber kann man mal machen ja du weißt doch ich spiel jetzt nur auf YouTube-Bienocopper auf meinen Träumen das ist mein FANTAKILL oh man FANTAKILL Frau ich won't nie ach wie ich werde du Antrag Qu'll ich ich breach faut nein D e Der war aber auch nicht so ganz... Wollt ihr den Aufstauen? Leute, vielleicht kann ich sein, dass im nächsten Zeit mehr Videos kommen Vielleicht ist irgendwie in einem Monat zwei Videos und auch in drei Monaten nicht Halt Und vielleicht auch mehr Streams Darf ich ja nicht Wegen deinem Bruder Ja Und mein Bruder hat gesagt Ich weiß es ganz schön Ich bin frei Und ich weiß es Ich hab dich da Was ich rauskacken So geht's auch So geht's auch Nur Klaas Und wer hat's? Ich Ich So jetzt ist es auch Monat wieder Ja von der Seite kann ich sie natürlich wieder nicht Ich krieg ihm mal wieder vor Oh Mann Kommt dieser scheiß Ovanja an und denkt sich so Ich bin der Babo 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 Äh 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 Achso Nein Ich bin der Babo 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 französisch er hat mich in dem Fall nicht das zum Beispiel nicht aufgrund der Aufnahme bis zu da bin ich hast du im fall was mehr das ist schon mal auf Tobi nach vorne das war zu schnell jetzt konnte ich das doch nicht sorry tut mir leid werde ich das nächste mal besser machen gut Uppsala hättest du dir das schöner bitte ohne Speed da geht nix viel ich hoffe ich hab dich nicht weggekickt also nicht Mario im bindeball Mario im bindeball Mario im bindeball das dies tut mir leid ich hab ihn extra weggekickt dass du dir Mutter what the fuck ich kann fliegen im fall weißt du was Leute schauen meine Video wo ich gar nicht wusste wie sie meine Video schauen okay mega komisch das ist schon ein bisschen weggek oh man ich hab mich das war ich werde von ich werde ich werde die 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 oder so oh das wäre lustig geworden wenn er reingegangen wäre wer hätte wiederbekommen au ich werde hier rumgekickt das tut weh immer der Ball nicht mehr Mario NEIN hab ich nicht mehr reingegickt okay auf die Plätze werde ich los NEIN NEIN GAS feste Leute du gehst zu rein FG Prozent das Mann in den Worten aufbauen Nuss ist nun nicht wie geht das ich habe ich heute fast geschaut da es ist nicht so angenehm wenn man was in der Nase hat und gleichzeitig im Ohr Moritz und was wenn ich schwimmen bin ich eben auch aber auch wenn ich ein bisschen zu lang und so was gewiss und nachhaltig bin Nase und ist mir nicht so angenehm und noch hatte ich erstmal langfristig lassen ich hab also du bist halber der Stick du oder was mach ihn rein Aua ich hab schon kein kein Weißbeinung mehr Pfff Au jetzt erreicht es aber langsam NEIN AAAAA NIEMEN DIG UNDE HÖPEN NIEMEN DIG UNDE HÖPEN der geht jetzt rein der muss scheiße ist noch nicht gerade Pff Hahahaha ich war so ein das ist ein Tor NIEMEN DIGEN 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 hinter'm EIN DIGEN 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 HÖPEN nochmal um schnell nicht wo klar Per ße stock oder 案 Ich glaub das reicht, oder? Ja Machst du? Ja Oh nee, ich will aber nicht Okay, dann mach ich So, gehen wir in Diskussion zwischen uns Das weißt du hoffentlich Was? Ja, ja, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen Wir sehen uns Wie? Wir fragen wie du Was sehen wir nicht hören Und vielleicht stream ich heute Abend noch Vielleicht aber auch nicht Wir sehen uns Bis Leute Das liegt bestimmt an mir, ob du streamst oder nicht Ich sag jetzt noch mal Für